Erster Redner ist jetzt in dieser Debatte FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl. Damen und Herren auf der Regierungsbank, liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich bin der Fass, abgefuckt, ich bin der Fass, abgefuckt, ich bin krimineller, als alle Neger gemeinsam, abgefuckt, 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 Bürger zweiter Klasse, vollkopf, ich bin ein, vollkopf, 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 fassungslos, fassungslos, ich bin schockiert, schockiert.